Die Vanessa Meyer macht an einer Autorrennen mit, wo auf einer Rennstrecke eine bestimmte Anzahl Runden gefahren wird. Wir müssen herausfinden, wie lange das die Gesamtstrecke ist, wo sie zurückgelegt und wie viel Zeit sie insgesamt dafür braucht. Fangen wir mit der Strecke an. Wir können aus der Aufgabe herauslesen, dass eine Runde 7,5 km lang ist. Die ersten 24 Runden leitet Vanessa Meyer mit einer Geschwindigkeit von 180 km pro Stunde zurück und die letzten 6 Runden wegen eines technischen Problems noch mit 150 km pro Stunde. Um die Gesamtstrecke herauszufinden, zählen wir alle Runden zusammen und mit der Länge von einer Runde multiplizieren. Das gibt also eine Gesamtstrecke von 225 km. Als nächstes müssen wir jetzt noch herausfinden, wie viel Zeit sie für die 225 km braucht. Wir haben hier nochmal aufgeschrieben, was in dieser Aufgabe gegeben ist. Um die Zeit herauszufinden, müssen wir den Weg durch die Geschwindigkeit dividieren. Weil sie aber mit zwei verschiedenen Geschwindigkeiten unterwegs ist, müssen wir zwei Rechnungen machen und dann die beiden Werte für die Gesamtzeit zusammenzählen. Die ersten 24 Runden fährt sie ja mit 180 km pro Stunde. Wir rechnen also 24 mal 7,5 und dividieren das durch 180. Das gibt genau 1 Stunde. Gleich gehen wir bei den letzten 6 Runden vor. Wir multiplizieren 6 mit 7,5 und dividieren dann durch die kleinere Geschwindigkeit von 150 km pro Stunde. Das gibt 0,3 Stunde. Wenn wir das jetzt zusammenrechnen, dann kommen wir auf 1,3 Stunde. Damit haben wir die beiden Lösungen dieser Aufgabe gefunden. Weitere Aufgaben findet ihr auf www.bruck.ch Untertitelung des ZDF für funk, 2017 www.bruck.ch 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 Vielen Dank.